Aufstehen! Es hat aufgehört zu regnen. Ihr sollt da hoch schiefen und da runter fahren. Sieht gut aus. Gut, dass ich noch genug von den Ligern hab. Rekordista, Funkfahrer und Sonne. Ich hab kein Gott verstanden, ihn zu finden. Get the shot with GoPro. Los GoPro, bringt eure App ins Reine. Diese furchtbare Katastrophe. Ich hasse sie wie die Pest. Ein Hauch von hochalpinem Nichts. Alter! Holt der voller Kopf gedonnert! Ja, das packt man jetzt nicht von mir. Natürlich! Die Grasnarbe verbirgt manchmal die Kurven. Alter, wir haben nur eine Radlänge Abstand. Weniger ist eine Radlänge. Woh! Woh! Geil! Woh! Wui! Woh! Woh! Upsa! Oho! Oho! Jaa! schön gecased! der fall ist dir! bisschen windig ist es schon slow wind alter! ab ins flat cool dann bist du zu weit? alter beim ersten table war ich viel zu weit ich hab den zweiten nicht mehr gekriegt ich hab gut gebremst vorher ich hab reingedreht zweimal was? roll off glaube ich ok bisschen drop kann man was gapen? was machst du? ich kann keine skinnies fahren das ist doch kein skinny ein skinny ist ein bisschen enger ein corkscrew das hab ich lange nicht mehr gehabt aber ja der wind ist nervig der wind ist nervig ja mal abchecken ja mach mal mehr speed hier war halt keine chance hast du ein bisschen hochgesprungen? ja der ist ungefähr so gelandet den vollen durch steine gelandet wenn man nicht bremst gehts geht geht ach du scheiße ja never alter steil cool ja gut 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 das ist witzig erst mal ein bisschen kennenlernen ja das ist wie mit einer schönen frau muss man erst mal kennenlernen vielleicht ist nämlich zicken hopp oh das war knapp oh das war knapp das hab ich auch versucht letztes Jahr vor drei Jahren blau und wind oh alter der kann mit Windböe man ja ah sie die Windböe black eye only for expert super technical very steep ich hab bock ok cool wow sieht jetzt von unten geil aus ja man sieht voll aus mega aus Alter ich hab erst gedacht ey wo rollt denn der da runter ist der bescheuert da gibt es noch eine super technical line glaube ich hier krass auch so wie die Spuren sind ich glaube ich hab ein neues Lieblings trail stück ja es war echt steil ja das geht ha das geht ja das geht ich bin ja man ja man ja 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 Alter, was fahr ich für'n Stuhl zusammen? das war's oder was? ging's da weiter? okay, jedes mal das gleiche! hier war noch eine schwarze ich hab voll den Schlag aufs Hinterrad bekommen das wäre mal wieder geil, direkt mit Zuschauern aber ich muss sagen, Livigno ist sehr gut oh, hab ich verpasst! ich bin mal gespannt, was das wilde schaft für uns hat Technical Routes, also gleich wie vorhin Alter! okay, das war die Loserline versuch innen zu bleiben das ist auch die Loserline genommen guck mal, dass wir runterkommen guck mal, dass wir runterkommen putzen brauchen wir heute nicht, oder? ey, gleich kommt ein mega Schauer, sollen wir den kurz abwarten? ne, ich kann uns ich kann mal Rad einladen da kommt wohl ein kleiner Schauer auf uns zu da kommt wohl ein kleiner Schauer auf uns zu von dem Grade ja, hatte ich mal, genau vom Nico also vom Grade? Grade 5 Grade 5 von Grade 5 Nico dann hat er das irgendwie ey, jetzt ist er genug gezeichnet das war Opel, das war von uns da ist Weasler Weasler? da drüben ist Weasler da kannst du auch drüber gehen hast du die machen lassen, oder? ne, da hat nur einer ja ha hat sich einer geschickt hat sich einer geschickt? ja, genau da hat jemand da Nils hallo Nils hallo Nils